Willkommen zurück hier in Minecraft. Wir muddeln uns immer noch weiter in die Tiefe. Immer auf der Suche nach schönen Materialien. Die müssen wir noch verbrauchen, danach werden wir gänzlich auf einen umsteigen. Wir werden auch vom Wald unten angekommen. Ich würde mal hier so eine Tür schocken. Die müssen wir hier ansehen. So, dann sind wir auch her durch. und noch ein bisschen weiter nach unten. Höhe 19 haben wir erreicht. So, auf Höhe 15 werden wir noch schön erstmal. Wir haben leider noch keine Scherben gefunden. Aber noch nicht mit Taubkraft an. Jetzt haben wir auch keinen Stein mehr, also kein Steinwerkzeug mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Vielleicht kommen wir sogar noch in dem Part bis ganz nach unten, dass wir noch aufscheinen. Wieder ein bisschen Gold. Gold haben wir auch genug, uns fehlt echt diese Scherben. Elektro, ich habe auch keine Ahnung ob das gut ist. Stufe 12. Stufe Höhe. So, eigentlich auch schon die Diamantenhöhe allmählich. Jetzt können wir zufällig genau in unserem Schachtloch was finden. Jetzt müssen wir halt ab Stufe 10 hier eigentlich auch nochmal wieder so Wege machen. Dann werden wir hier einmal auf dieser Höhe. Zwei Wege. Und ab hier dann wieder runter einfach nochmal. Und ab dann wieder runter. Und ab dann wieder runter. redstone redstone ist auch sehr schön Jetzt ist die Shovel kaputt, also zumindest die Obsidian Teil davon Und die Eisenspeckzacke ist auch gleich hinüber Und erst mal wieder nach oben, bei uns gleich noch eine neue Eisenspeckzacke Hier ist ein Enderman, ich glaube nicht, dass wir ihn schaffen Wo ist er? Wo ist er? Man weiß es nicht Wie wir sehen, das macht der Shovel aber auch nicht gerade sehr viel Schaden Oh, eine Hexe, naja, eine Hexe habe ich jetzt eigentlich auch keinen Schauen wir mal ein, was der Enderman uns nicht umbringt Ich brauche das erste Mal, als wir sterben Was wollte ich? Ich wollte eine neue Spitzhacke bauen Was wollte ich noch? Genau, ich wollte noch ein paar mehr Fackeln bauen Oh, das ist aber jetzt mal reich Ich brauche noch die Treppe nach unten jetzt schön Hier lassen wir einfach noch mal offen kurz Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Unglaublich viel Eisen ist hier überall Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und das hier auch nochmal mit Wo auch immer das für gut ist Redstone Untertitelung des ZDF, 2020 So, soweit schon mal ganz schön Immerhin Stufe 5 Keinen Dämon gefunden, leider Nun gut, falls das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal!